Was gibt's eigentlich so Neues im Team? Ich war ja schon lange nicht mehr da zum zocken. Yo Leute, willkommen zurück bei Planet 2. Heute endlich wir sind dabei die Lappen Markus und Sven. Ich bin jetzt genau richtig im Endkampf um Holding Pass, eine unernehmbare Festung. Faltgleich. Faltgleich. Ja, noch 1,15. Aber sie kommen direkt, ne? Und wieder nach oben. Die holt mich irgendwie auch die ganze Zeit. Ja, das hab ich glaube ich selber ziviert. Du musst halt woanders stehen, ne? Du musst halt nicht weggessen und... Ja, gut. Du weißt, dass der Abgrund von Spawn Room ist? Ja, tja, muss ich halt weiter positionieren, ne? Warten bis die Medics nehmen, mir steht oder was? Oh yeah, warte Stunde. Was? Ach du Scheiße. Sie pushen noch mal, Sven. Wir müssen halten. Nix tun, ich werde nicht wiederbelebt hier Medics nehmen, mir keiner will mich holen. Achso. Ich hab da eigentlich mal gesagt, bei uns in der Truppe nö, aber da hat mich dauernd. Der holt mich, mich dauernd. Ist der Ben Joshinsky drin oder was anderes? Äh, die, ja. Die stellen geraten Sandra bei C. auf. Was? Den holen wir uns. Scheiße. Ich hol mir den Sniper da oben. 18 Sekunden. Maxquash kommt. Ach, der Arsch springt auf die andere Seite rüber. Ja. Jetzt hab ich sie flippen, C. Sandy ist down. Echt? Ja. Wir haben C safe. Okay, jetzt ist es down. Wartest du lange los? Du musst hier nichts. Äh, da werden noch welche nicht. Geil. Jawohl. Wir haben's. Gott sei Dank. Ich wieder. Geil. Ja. Also, ich finde ich. Jetzt ist sie nach wie kommen. Alter, wie lange. Wir haben's geschafft, es diese Scheißstation einzunehmen. Ja. Wo ist denn Sandy, Sven? Nein. Nicht? Ich sitz hier gerade an dem Harrelser und hoffe eigentlich, dass der Typ losfährt. Ach so. Ja. Da muss ich mir selber was holen. Aber es scheint mir so, als hat er keine Lust. Ja, mit dir hätt ich auch keine Lust. Oh, Alter, jetzt muss ich den Scheiß Berg da hoch, irgendwie. Meine Fresse. Aber das war jetzt gut. Waren wir so dermaßen Overpop hier, oder? Also, die haben nur schlecht. Dann fasst zweimal so viele. Okay. Gut, dann fasst's. So, was geht denn ab hier? Die Tempo gehen wir da. Und die war ein bisschen lappig. Wir sind halt nicht gepusht, das war denn ihr Problem. Ja. So. Schau mal. Ich hole ein Lightning. Ja, mit der. Was soll ich mir denn hier? Was haben wir denn Shades hier? Ich geb Zick ihm Feuerschutz. Oh ja, Zick hier ein Schip. In Guard, jawohl. Was gibt's eigentlich so Neues im Team, weißt du? Ich war ja schon lange nicht mehr da, zum Zocken. Deswegen. Irgendwas Neues? Wie gesagt, ich wüsste. Wüsste. Webseite. Webseite. Webseite haben wir jetzt? Ja. Du wirst Verlangen da auch nicht mitspielen, wenn du da nicht angemeldet bist. Ich bin ja auch gar nicht da. Mir egal. Nein. Ich sag's ja bloß. Ups. Musst dich trotzdem mal nennen. So. Ich bin bis hier. Von da oben? Erstmal entschuldigen. Ja, übertreib mich von da oben abzuschießen. Und wie ist denn das dann geregelt, wenn irgendwelche externen Leute, die nur einmal mitspielen wollen, mitspielen wollen? Ja, gar nicht. Es sind alle gestorben, die im Sandler haben. Das war doch ein Zückchen. Ja, ein Zückchen. Das haben wir alles gestorben. Ach, das ist irgendwie ziemlich scheiße. Das war zu weit. Und das wird's. Oh, jetzt. Wo bist du denn da hin, wo ich die gesehen kann mit dem Rauch, ey? Was ist das? Ja, wo kommen die Schüsse her von der oben, ey? Alter Junge. Mach' mir aber Hard-Damage. Ja, die Scheiß-Mix ist nur Hard-Damage. Okay, ich probier's was Neues, ich flieg' mein Flugzeug auf den Berg hoch. Oh, du, ein Flieger? Äh, bist du auch mit hoch? Wir könnten eigentlich ne... Na, hab ich, du, fuuh. Fuh, Spass. Magic Max, Inchi-Konstellation mit Ravens machen auf dem Berg oben. Ich bin leichter. Was? Ich bin die Visier von was? Von wo? Die sitzen oben auf dem Berg. Ja, da kommt einer runter. Ja, da kommt einer runter. Überlebte das? Das spricht einfach ein Spion vom Bergrund. Es geht nicht. Ja, wahrscheinlich soll er wieder eins oder so. Da oben. Da oben steht... Oha! Vorher noch nicht was. Leichter Angriff, keine Wandkampf. Und ich hab' gewonnen. Was will man denn da weggehoben? Oh, what the fuck. Da oben stehen auf dem Berg stehen ganz viele Max. Ja, aber ich bin der Bestand, wo die Max da stehen. Die sind auch hinter uns am Rücken. Die sind auch hinter der anderen Seite von der Base. Wir sind hier den Berg runter gefahren. Die kommen jetzt von allen Seiten. Die sind oben auf dem einen. Direkt überm... Alter, bei uns macht's jetzt grad runter. Alter, jetzt verfolgt mir ja noch ein Sniper. Wenn's nicht schwierig genug wär' hier zu kämpfen. Nee. Und grad noch mit meiner Lieblingswaffe, mit der Gauss. Alter, was ballert mich hier jetzt ja wieder ab? Jetzt Ironie, oder... Nein, ich brauch' noch 6 Kills, dass ich die auf 60 habe. Dass ich mein nächstes Anweisungs-Update erhalte. Brauch. Ja, ich will doch die Anweisungs-Update machen, ne? Die Sniper-Way ist einfacher gewesen. Die hab' ich schneller gehabt. Aber die Gauss ist einfach so ne Dreckswaffe. Bevor ich die jetzt wieder abwählen kann, dann. Die Gauss S meinst du, oder was? Gauss Kompakt Salver. Ja, deck mal Gauss S. S geht übrigens für Salve. Ja, die ist behindert. Ja, und warum ich sie spielt, immer noch wenige Abweisung. Anweisung. Abweisung? Ja, er will sie abweisen. Aber dafür muss er sich wählen. Ja, ich will sie. Ich will sie abweisen, so schnell wie möglich will ich sie abwüßen. Es ist also die Soweit mit deinem Flugzeug über die Base drüber gehst. Zwei Zentimeter kommen dir einfach drei Lockons entgegengeflogen. Ops, aua. Der Hut, du. Du musst über Mega, den Hansen, den die Rockets reinkommen lassen. Du hast einfach keine Chance, weil du ins Gerät frisst. Aua. Junge, nicht hier. Och, du Scheiße. Hm, ich weiß, wie sie so oft kriegen und wir ziehen ja alles. Warum? Ja, mit X-Flairs kann ich da auch hinfliegen, aber ich hab keine X-Flairs auf meinem River. Der eine Sundy ist da. Ein bisschen sind sehr da. Das ist eigentlich egal. Den ihres Sundys irgendwo zu finden. Raten. Mit Morsi. Also bist du im Flug oder immer noch im Flugzeug? Ja, ich halte mich da ein bisschen. Modell Kotzei, ja, respektabel. Du lebst ja länger als fünf Minuten. Ne, bis er noch keine fünf Minuten. Achso. So, Entschuldigung, dass ich ein bisschen positiv gedacht habe. Aber ich halte mich, ja. Und ich bin auch gerade in einem Dogfight mit einer Morsi. Aber die trifft gut. Wir wissen, Jungs, mal gucken. Ein bisschen arsweit weg. Ich bin bei Holding Pass noch in dem Luftraum. Ja, links ist bei Crimes ein Barfer, die Morsis down. Na, du hörst länger aus als ich. Hört nicht so lange aus heute. Ja, muss ich nur wieder irgendwo zwischengreppen. Weil mein Autorep ist noch nicht zu niedriger Stufe. Das ist noch weiße. Gut, dann müssen wir ja mal die Homepad von Dark vorstellen demnächst. Ach, schau halt. Ja, auch geilsicht. Dass ich die Leute dann alle anmelden können. Sieht nicht besser aus als die letzte. Kommt davon, wie du es dir halt gefällt. Ich kriege einfach sofort eine Rocket ab. Vom Assoziat. Ja, ist es dieselbe vom Aufbauherz wie die letzte? Nein, klar. Übersichtlich oder. Oder alles anders. Anders. Hätte übersichtlicher gesagt. Cool. Ja, ich sag, ich guck mal, ich mach da mal was. Ich schneid's mal in der Folge rein oder so. Ende nächster Woche. Echt ein Update-Video. Ja, genau. Ein Update-Video. Kann man auch sagen. Das Update-Video für Homepage. 1.2.0. Aber. Ist auch so. Ist ja Homepage. Ne. Ich glaube, das ist Version 4 schon oder so. Wenn es nicht jedes Mal abgeschossen hätte. Ah, komm, jetzt fliegt hier einer mit Lock-Ons. Das doch. Alter, mach's jetzt bei uns runter. Uh. Ich hoffe, ich muss nicht die Aufnahme beenden, wenn Gewitter. Ist bei dir Gewitter oder was? Was? Ja, aber übel ist gerade. Gar nichts. Ha? Bei uns ist grau. Bei uns ist es grau. Bei mir pisst es gerade, als würde es keinen Morgen mehr geben. Ja, es gibt keinen Morgen mehr für dich. Welche Welt in 2015 war auch schon gut. Alter, ich höre, das ist richtig voll das Rauschen im Hintergrund. Ah ja, das soll ja wieder. Soll es ja dämpern, oder? Ja.